Action. So eine Klappe brauchen wir noch. Ja genau. Christopher, du bist ja gerade hier, weil wir den Workshop vorbereiten. Da habe ich gedacht, wir haben uns jetzt gerade so viel darüber unterhalten, was eigentlich so ein Coaching ist, was eigentlich bei uns so in den letzten Jahren passiert. Dann habe ich gesagt, lass die Kamera mal mitlaufen. Das interessiert einige. Wenn wir uns einfach mal so ganz locker darüber unterhalten, ohne Schnitt, ganz roh. Was bei uns eigentlich so abgegangen ist in den letzten fünf Jahren, sechs Jahren, hattest du gerade gesagt, sind wir schon gemeinsam unterwegs. Ganz schön lange Zeit. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Wie viele Tausende von Wohnungen wir geflippt haben. Nicht wir, sondern in unserer Community. Fing ja an damals mit der Mastery. Genau. War schon eine coole Zeit, wo diese Euphorie auf einmal explodiert ist. Es war fix und flip, wo ich das erste Mal auf der Bühne stand und erzählt habe, wie das funktioniert und wie ich das mache. Ja, eigentlich noch weit vor der ersten Bühne, wo es dann eigentlich darum ging, in der kleinen Runde einfach mal jeder stell zu sein, sein Projekt vor. Und eigentlich alle, ja, wir haben hier eine Wohnung vermietet oder renoviert und vermietet. Und genau so habe ich es ja auch gemacht und habe dann erklärt, war total stolz, hier die Wohnung vorher so, nachher so vermietet. Und dann hast du ja gesagt, ja, verkauf sie doch mal wieder. Und dann kann man sich ja erst so langsam alles ins Rollen. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Ja, mittlerweile wirklich über zweieinhalbtausend Menschen, die ich dabei begleiten durfte. Ja, die meisten davon kennen dich natürlich auch und du unterstützt ja auch die Teilnehmer bei uns. Was mich echt immer brennend interessiert, ist, was glaubst du, was macht sie erfolgreich, die bei uns wirklich erfolgreich sind? Was machen die falsch, die nicht so richtig in Gang kommen? Also ich glaube, wir haben ja alleine in den letzten wenigen Monaten und ein, zwei Jahren auch viel gesehen, wo einfach viele Dinge auch nicht so gut funktioniert haben, wie es davor war, weil der Markt nicht alle verziehen hat. Und klar, tauschen wir uns ja auch immer zu aus, was da einfach auch teilweise die Hintergründe sind. Ganz oft ist es einfach so ein Verrennen, weil man dann einfach sagt, ich mache jetzt Immobilie und damit macht man dann irgendwie alles und damit nichts mehr so richtig. Das ist ja genauso wie beim Mediziner, der zwar einmal Medizin studiert, aber sich dann trotzdem auf eine Fachrichtung festlegt und bei Juristen das Gleiche. Warum sollten wir das denn anders machen? Das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, wenn wir sagen, ja, wir machen irgendwie schick so ein Clip, ein bisschen buy and hold, dann Aufteiler, dann Projektentwicklung, das, das, das und sind nachher bei, mit verschiedenen Vermietungsstrategien, bei zehn verschiedenen Strategien, die irgendwo parallel laufen und da kann man ja nur Dinge mit einem halben Arsch messen. Das ist es ja, sobald ein bisschen Gegendruck kommt, sind die, die sich nicht sicher sind, gehen einen Schritt zurück und suchen die nächste Möglichkeit, leicht irgendwo Geld zu verdienen. Mein System habe ich ja ganz bewusst so aufgebaut, so wie ich schon über 20, 30 Jahre jetzt auch mache. Es wurde natürlich immer verbessert, verfeinert, wenn wir uns immer den Markt gegeben hätten eingeglichen. Wir haben auch immer bessere Tools, tollere Tools dazu bekommen, um Datenrecherchen zu machen, um noch sicherer und einfacher zu handeln. Aber da kommt so ein Tief, wie das mit den, mit der Zinserhöhung, die ja rasant schnell ging, in meinen ganzen 35 Jahren gab es dann diese Zinserhöhung, die stark, so schnell hochging und sich der Markt geändert hat. Leider kam ja auch noch der Krieg dazu und Corona, alles kam ja irgendwie so uns um die Ohren gehauen. Und trotzdem haben wir etliche Leute, die ihr Ding durchgezogen haben, nach Plan, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt und waren erfolgreich. Und andere haben irgendwo irgendwas gekauft, nicht so auf die Daten geachtet, nicht so auf unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung geachtet, weil sie denken, ja, Fix und Flip ist ja ganz einfach, irgendwo irgendwas kaufen, fällig machen, verkaufen, wird schon verkauft, es wird ja alles verkauft. Und so ist es ja eben nicht gewesen. Ja, und das haben wir gerade in den Coaching-Calls gesehen, bei allen, die gerade angefangen sind, die es halt noch nicht so lange machen, die halt noch nicht in einem großen Stil unterwegs sind. Da hat es immer gut funktioniert, weil die haben halt auch ihre Hausaufgaben gemacht. Jedes Objekt, was da eingekauft wurde, wurde halt auch dann durchgesprochen, wurde genauer einfach betrachtet und ging nicht in der Masse unter. Und da ist einfach genau nach dem System gearbeitet worden, jemand, der gerade frisch angefangen ist, der hat keine drei, vier, fünf Strategien parallel gemacht. Die haben ganz normal die Eigentumswohnungen, das Reihenhaus gekauft, hatten da natürlich genug Fragen und haben sich überlegt, wie mache ich das, was muss ich tun? Natürlich gibt es ja genug Fragen, um diese Nische. Aber haben halt genau das gemacht, haben ihre Marktanalyse gemacht und haben sich dann auf die Nische konzentriert. Und da ist mir keiner bekannt, der damit wirklich auf die Schnaute gefallen ist. Einige waren ja dabei, die haben einfach das falsche Objekt und zu teuer eingekauft. Und ich sage ja auch immer, 90 Prozent liegt an der Immobilienauswahl. Du musst wissen, wer später dein Käufer ist und genau für den musst du einkaufen. Und da kannst du nicht hinterher irgendwie was wegdiskutieren, dass kein Balkon da ist oder ja, dass du keine Fenster drin hast oder was wir alles so gesehen haben. Kaum belichtete Räume im Sutterwagen. Sowas kannst du natürlich in schlechten Zeiten nicht verkaufen. Deswegen sage ich ja, konzentrier dich da drauf, was gekauft wird. Wir haben die Möglichkeiten. Wir haben drei, vier, fünf Calls die Woche, wo wir auf die Immobilien draufschauen. Und komischerweise, die, die dahinter nicht verkauft wurden, die haben wir nie gesehen. Die wurden uns nicht vorgestellt. Die wurden einfach gekauft, ohne grünes Licht von uns zu bekommen. Und wie gesagt, andere, die es wirklich vollkommen ausnutzen und Schritt für Schritt das umsetzen, was wir vorleben, die sind erfolgreich auch in schlechten Zeiten. Und gerade 2022, wo alle gesagt haben, boah, da ging nichts, da haben einige das beste Jahr ihres Lebens gehabt. Unter anderem wir ja selber auch. Weil wir gegen den Strom geschwommen sind. Wir haben einfach das weitergemacht, weil alle sind weggeschwommen. Wir sind weitergeschwommen. Und ich glaube, das macht es dann auch aus. Und du nimmst es ja auch so an, dass wir ein System geschaffen haben, ähnlich sage ich immer wie McDonald's, dass wir ganz genau wissen, auf welchen Burger müssen zwei Gurken und wie viel Ketchup gehören dahin. Das kann man nicht so einfach mal nachbauen. Und wie gesagt, wer es Schritt für Schritt umsetzt, der ist erfolgreich und der ist ganz, ganz massiv auf dem Weg in die finanzielle Freiheit. Genau. Das war ja bei mir am Anfang genau das Gleiche, dass ich das ja eine ganze Zeit lang neben dem anderen Job gemacht habe und da ja auch gar keine Möglichkeit hatte, tausend Sachen auszuprobieren und mich dann ganz, ganz konkret auf eine Nische konzentriert habe, einfach weil die Zeit gar nicht es erlaubt hat, das irgendwie anders zu machen. Und genau, deswegen auch einfach dabei geblieben bin. Das war im Nachgang, toll, toll, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung. Nach wie vielen Jahren im Coaching hast du deinen Job gekündigt? Boah, ich war, ich habe es ja relativ lange vor mir hergeschoben, sehr, sehr lange. Aber das waren dreieinhalb Jahre, drei, ja, ich glaube, es waren drei Jahre. Das lief gut parallel eine ganze Zeit lang und wir haben ja oft darüber gesprochen. Ich hatte ja auch keinen Job, wo ich geschlagen wurde. Es hat auch wirklich der Spaß gemacht. Das ist ja auch das, wenn man einen Job hat, wo man mit Gewalt raus möchte, dann wäre der Schritt wahrscheinlich viel, viel eher passieren. Und da war irgendwann klar, dass jetzt der Zeitpunkt ist und dann war es auch super entspannt. Und als die Entscheidung gefallen ist, war es natürlich dann, dann denkt man auch, warum nicht früher? Aber in dem Moment passte das einfach gut. Wann würdest du jemandem empfehlen, dass er seinen Job kündigt? Wie sicher muss er sein, damit er so einen gut bezahlten Job, ich weiß ja, dass bei dir sehr gut bezahlt war in einem großen Konzern, wo du eine höhere Position hattest. Welchen Mut muss man aufbringen, dann so einen Job zu kündigen? Ich meine, wir haben ja viele, die Beamte waren, die Lehrer, Professoren, Anwälte und so weiter im Angestelltenverhältnis waren, die es gemacht haben. Was trafst du? Ich glaube, man darf da einfach auch ein bisschen, das ist eine total individuelle Entscheidung. Das ist wirklich bei jedem anders. Man darf aber auch ein bisschen darauf achten, wie die Zahlen sind. Das heißt, wenn ich jetzt einfach starte und habe dann irgendwann einen ersten Jahresabschluss, wir wissen, wie es ist, wenn man auf Bonität angestellt finanziert, dann brauche ich drei Monatsgehaltsnachweise, beim Selbstständigen brauche ich drei Jahresnachweise und ich muss einfach sicherstellen, dass ich weitermachen kann. Das heißt, wenn ich das komplett alleine mache und finanzieren möchte, dann brauche ich einfach drei Jahresabschlüsse und dann auch eine Rücksprache mit der Bank, dass man einfach sagt, liebe Bank, wie sieht es denn aus, wenn mein Hauptjob jetzt nicht mehr da wäre, würdet ihr mich dann weiter finanzieren? Und am Anfang werden die wahrscheinlich sagen, nein, weil die Bonität aus dem Job wichtig ist und später werden die wahrscheinlich sagen, ja, wir verstehen nicht, wie sie das noch parallel machen können, weil sie gerade vielleicht ein größeres Rad drehen und wir schon möchten, dass sie das auch dann zu 100 Prozent machen und sich auch darauf konzentrieren. Und das kippt halt irgendwann und ich finde, das ist einfach wichtig, dass man da in Abstimmung mit Steuerberater und Banker oder Co-Investoren ist und dann einfach da vernünftig handelt. Deswegen, aus meiner Sicht macht es keinen Sinn zu sagen, so schnell wie möglich oder so spät wie möglich, sondern wenn ich einfach die Finanzierung gesichert habe, weil ich weiß, ich habe vielleicht Möglichkeiten aus Family and Friends, Co-Investoren, kann damit weiter arbeiten, dann kann ich es ein bisschen früher machen. Wenn ich mich da komplett auf eigene Füße stellen will und das würde ich immer zumindest sicherstellen, dass ich das auch kann, dann ist es vielleicht ein Jahr später, aber da auch keinen Druck machen. Weil es ist ja überhaupt gar kein Problem, wenn man das eine Zeit lang parallel macht, dann muss man einfach die Zähne zusammenbeißen und dann hat man den klassischen 9-to-5- und 5-to-1-Job. Ja, das ist so. Das sind immer zwei Jahre, drei Jahre, wo man auch einfach dann sehr lange arbeitet, wo man dann einfach mal ein bisschen mehr machen muss und danach nivelliert sich das wieder, weil man dann wieder mehr Klarheit bekommt. Wenn man was erreichen will und gerade bei den meisten, das ist ja wirklich diese finanzielle Freiheit, dieses Leben ohne Chef, da muss man einfach auch mal ein bisschen was geben. Und viele fragen, wie viele Stunden muss ich dafür investieren die Woche? Ja, am besten alle, dass du so schnell wie möglich das lernst und wirklich ins Umsetzen kommst, dass du dich rantastest. Die Ergebnisse kommen schon, wenn du dementsprechend das machst. Natürlich kann man auch sagen, ich möchte nur zwei oder drei Objekte im Jahr machen nebenbei, alle drei Monate eine Wohnung kaufen, renovieren, verkaufen mit einer kleinen Marge, 40.000, 50.000 Euro. Auch da haben wir ja viele von. Aber wir haben natürlich auch einige von denen, die auf deinem Level jetzt sind, die im hohen sechsstelligen Bereich schon Eurogewinne machen. Und da gehört dann schon ein bisschen mehr zu. Nur du fängst erst mal unten an. Wir haben es ja vorhin besprochen, diese Treppe, die du erst mal gehen musst. Und manche Stufen musst du dich hochziehen, hochklimmen. Dann fällst du zurück, dann kommt die nächste Stufe. Ich meine, wir sind ja dabei, dafür sind wir ja Coaches, dafür sind wir Mentoren, um den Menschen zu helfen. Nur du sprichst dich von Stufe 1 auf Stufe 7, nur weil du sagst, ich mache jetzt hier was und ich bin der Größte. Und ich habe sowieso schon drei Objekte geflippt und so. Das sind meistens die, die am schwierigsten für uns sind, weil die dann unter falsche Voraussetzungen kommen und schon eine Menge an Fehlern gemacht haben, dass sie sich so richtig zugeben möchten. Und keiner weiß, was er nicht weiß. Ja, und finanzielle Freiheit oder generelle Freiheit heißt ja, gerade in unserem Geschäft, ich meine, wir sind ja immerhin im Gewerbe unterwegs. Das ist ein Gewerbebetrieb. Das heißt ja nicht, dass man frei ist und dann jeden Tag um 12 Uhr mit der Feierabend macht. Das Gegenteil ist der Fall, weil man ja irgendwann natürlich auch sieht, okay, je mehr ich anstoße, desto mehr passiert auch. Da arbeitet ja keiner mit einem Halbtagsjob. Das ist ja trotzdem Fulltime. Und man kann es aber nachher steuern. Mit Leidenschaft. Fulltime mit Leidenschaft. Fulltime mit Leidenschaft. Ich kann es halt aber steuern. Wenn ich jetzt einfach einen Termin habe, privater Natur, dann möchte ich jetzt nicht, dann fahre ich da hin. Und wenn das auch zwei Tage sind, dann fahre ich da halt hin. Aber dafür muss ich halt mein Zeug vorher irgendwie in die richtige Richtung bringen. Man findet ja auch dann typisch gerade das Wort Leidenschaft wirklich seine Leidenschaft. Und ich sage auch immer, wenn du bei uns einsteigst und das wirklich willst und umsetzen musst, musst du so denken, dass du diese Sache die nächsten 5, 10, 20 Jahre machen willst. Weil fast alle machen es auch. Wer einmal diesen Virus in sich hat, der bleibt auch dabei. Gerade Immobilien kaufen und verkaufen macht unheimlich Spaß. Gerade auch, wenn man sich gerne mit Menschen austauscht. Bei uns haben wir ja noch eine ganz tolle Community, die sich auch überall trifft. Wir treffen uns auf unseren Live-Events. Wir tauschen uns aus, wir telefonieren. Das sind ja Gleichgesinnte, ganz andere Menschen, die du sonst in dem Umfeld hast, wo du dich bewegst und die vielleicht auch nach einer Zeit gar nicht mehr das Niveau haben, sich mit dir vernünftig und so unterhalten zu können. Also das alte Umfeld. Es sind ja auch Freundschaften, die entstehen. Es sind einfach Leute, mit denen man sich wirklich gut austauscht. Und gerade, weil man ja auch viel über geschäftliche Themen spricht, daraus resultiert natürlich auch, dass man ein sehr enges Vertrauen hat, weil man dann einfach auch mal die Bücher öffnet. Und daraus resultiert einfach, dass man dann auch sehr viele private Themen miteinander bespricht und einfach auch wirklich freundschaftlich zusammenwächst. Und deswegen ist es ja immer super schön, wenn man sich dann immer wieder sieht. Teilweise ja Leute nur ein, zwei, drei Mal im Jahr. Andere Leute aber dann viel öfter. Und natürlich, das macht es halt aus. Was ich eben auch toll finde, die Paare in der Community, die bei uns im Coaching sind, auch wie die untereinander sich total verändern. Und dann wieder miteinander, wirklich miteinander sprechen und sich gemeinsam Schulungsvideos anschauen oder ein Webinar beiwohnen bei uns, Gemeinsamkeiten zu haben und dann wirklich auch gemeinsame Ziele zu stecken. Das ist auch fantastisch. Also wir haben ja sehr viele Paare, die das gemeinsam machen. Und natürlich ist es aktuell noch so, es sind mehr Männer, aber es kommen immer mehr Paare und Frauen dazu, die einfach auch daran Spaß haben mit Immobilien. Immobilien ist ja auch so ein Family Business. Sie können alle sich daran beteiligen. Aber es ist schon sehr gut gemischt. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt 95 Prozent Männer sind. Doch, wir haben 95 Prozent Männer. 95 Prozent? Tatsächlich? Doch, deswegen alle Damen bitte. Dann sind die Damen im Call zumindest etwas aktiver. Also das kommt mir anders vor. Also ich hätte gesagt, es ist mehr gemischt. Ich dachte, das ist schon die Vielzahl. Interessant. Ja, ich hätte auch ganz gerne. Weil die Damen sind natürlich wirklich aktiv, sind noch besser im Umsetzen der einzelnen Schritte. Die gucken sich dann doch schon die Videos zweimal an, machen sich Notizen und setzen dann eben auch um. Und oft sind es ja Kleinigkeiten. Das sind ja schon bei Direktmailings vier, fünf Wörter, die du vertaufst oder verdrehst. Und du hast eine ganz andere Wirkung, wenn du einen Brief versendest an einen Verkäufer zum Beispiel oder Hausverwaltung und, und, und. Viele sind da sehr individuell, nutzen nicht das, was da ist, verbessern das in ihrem Sinne. Wollen sie es verbessern, aber eigentlich verschlechtern sie das. Und die Damen machen es richtig nach Linie. Und da siehst du auch, die haben ihre Zahlen unter Kontrolle. Die wissen ganz genau, wenn ich das und das gemacht habe, ob ich das und das Ergebnis habe, die können es uns auch dann ja wiedergeben. Wenn ich die frage nach ihren Rücklaufquoten oder nach Liedkosten und so, die haben das drauf. Also die meisten jedenfalls. Das ist schon toll. Aber von den Jungs auch. Aber ich glaube, Damen sind da besser im Lernen und Aufnehmen. Männer sind ja oft so, die sagen, ich habe ja schon zwei Objekte gehandelt. Ich kann das ja alles. Und dann, ja, das braucht es dann vielleicht ein bisschen länger, dass sie dann irgendwann mal sehen, hätte ich es mal doch so gemacht, wie Olli gesagt hat. Ja, cool ist zumindest, gerade wenn ihr Paare ankommen, die es dann zusammen machen, die können sich natürlich super aufteilen. Ja. Beide wissen genau, wie das Geschäft funktioniert, sind da gleich drin und trotzdem teilen sie sich vielleicht zu Hause eher auf, dass der eine oder andere eher auf der Baustelle ist, der eine oder andere eher mit Verkäufern spricht oder wie auch immer. Aber da hat jeder nochmal so ein Spezialgebiet einfach innerhalb des Geschäfts. Ja, das ist eine tolle, tolle Sache. Was glaubst du? Lass uns mal über die aktuellen Zinsslage sprechen. Aktuell ist es ja so, wir rechnen alle mit einer Zinssenkung wieder. Man hat gestern schon gesehen, aktuell, das in der Schweiz hast du ja vorhin angesprochen, was glaubst du oder was glauben wir passiert jetzt. Das ist eben wieder ein positiver Vibe im Markt. Man merkt das. Wir haben auch sehr viel mehr Anfragen. Anfragen gehen hoch. Irgendwie kommt einfach jetzt wieder mehr Schwung rein, dass man einfach merkt, Nachfrage steigt und irgendwie ist so diese, ich glaube, die Stimmung einfach wieder besser. Ich sage mal, der Markt wird durch Hoffnung bewegt. Sobald wieder Hoffnung da ist, es wird alles besser und das Frühjahr kommt, nicht nur wirklich im Frühjahr, sondern das Frühjahr eines neuen Marktes, eines untersteigenden Marktes ist in Sicht. Man riecht es schon. Es ist ja gar nicht so viel günstiger, als es vielleicht noch vor wenigen Wochen oder Monaten war. Ein bisschen, aber nicht so gewaltig, dass man sagt, jetzt ist wieder alles finanzierbar, was vorher nicht finanzierbar war. Aber trotzdem bringt diese aktuelle Stimmung schon einfach mit sich, dass wieder einfach auch mehr Finanzierungen angefragt werden, dass auch mehr Finanzierungen klappen. Und das ist ja das Wichtige. Ohne Finanzierung müssen wir nicht verkaufen. Und da geht gerade einfach wieder mehr durch. Also es werden gerade auch einfach wieder mehr Sachen abgeschlossen. Genau, das Umfeld hat sich kaum verändert. Die Preise sind gar nicht so stark gefallen, wie alle immer denken. Einige reden von 20, 30 Prozent Verfall. Wäre schön, wenn es bei uns so gewesen wäre. War aber nicht. In einigen Bereichen okay, im Bürobereich und im gewerblichen Bereich, in Immobilien, die sowieso keiner haben will oder wollte. Aber ich habe gerade geguckt, wir haben um die 335.000 Eigentumswohnungen in Deutschland letztes Jahr beurkundet, verkauft und 285.000 Ein- und Zweifamilienhäuser. Sprich, 600.000 Wohnimmobilien wurden verkauft. Das sind 12 bis 18 Prozent, je nach Lage, zum Vorjahr. Also ist nie so ein riesiger Einbruch gewesen. Trotzdem die Zinsen sich verdrei- und vierfacht haben, es ist trotzdem der Wunsch, eine Immobilie zu kaufen. Und der größte Wunsch ist, eine Immobilie zu kaufen, wo die Leute so einziehen können, wo alles fertig ist. Und genau, das ist ja unser System. Das ist unser Fix-und-Flip-System, was oft kopiert versucht oder versucht wird zu kopieren, aber doch keiner erreicht ist. Und das scheitert dann an sich selbst irgendwie. Ja, ich meine, die Kunden, da sind halt junge Familien, haben gerade Nachwuchs bekommen oder sind dabei, Nachwuchs haben zu wollen. Auf jeden Fall brauchen sie dann vielleicht einfach mehr Zimmer und sagen, die aktuelle Wohnsituation reicht nicht mehr aus. Und das ist ja vorher so, vor dem Zinsanstieg so gewesen. Natürlich, das ist heute ja auch noch so. Das heißt, der Wunsch nach Eigentum oder nach einem Häuschen, was vorher vielleicht die vorher eine Wohnung bewohnt haben, ist ja nach wie vor da. Oder sogar die Notwendigkeit, einfach sich zu vergrößern. Und daher sind ja auch die Käufer weiterhin da. Ja, es ist ja auch, weil viel über Wohnungsnot gesprochen wird und Zuwanderung und, und, und. Deswegen, glaube ich, ist auch der Kapitalanlagemarkt wieder so ein bisschen angezogen, weil jeder weiß, die Immobilie ist eine sichere Sache. Wer sich wirklich mit Immobilien auskennt, weiß, ich werde in vernünftigen Lagen, in einem vernünftigen Zustand der Immobilie immer gute Mieter bekommt. Genau. Das ist eine langfristig sichere Sache. Über die letzten 200 Jahre sind Immobilien durchschnittlich immer gestiegen, um drei bis vier Prozent im Jahr. Ich kann das finanzieren. Ich habe Steuerabschreibungen. All diese Möglichkeiten, wer sich wirklich mit dem Immobilienthema beschäftigt, der, ja, hast du auch vorhin gerade gesagt, wenn du die grundsätzlichen Steuerabschreibungen, diese ganzen Steuersparsachen bei Immobilien mal einfach durchspielst, ist das ja ein Wahnsinn, was du da alles mit machen kannst. Und deswegen hat es jetzt auch wieder den Immobilienmarkt so ein bisschen angetrieben, glaube ich, von Seiten von Kapitalanlegern, die jetzt nicht sagen, okay, es ist klar, wir werden weniger bauen, es werden mehr Leute kommen, es werden mehr Wohnungen gebraucht. Warum soll ich in Aktien investieren, wenn ich doch lieber bei einem wesentlich höheren Return on Investment und Steuerbegünstigung in Immobilien investieren kann? Vor allem auch da sind ja im letzten Jahr relativ wenig verkauft worden, weil einfach viele Finanzierungen nicht geklappt haben oder einfach, weil die Stimmung nicht da war. Und das merken wir jetzt gerade. Da ist, ich will nicht sagen, unbedingt der Knoten geplatzt, aber die Nachfrage ist ja nach wie vor da und das holt sich jetzt einfach auch nach. Ja, wie gesagt, die Angst ist vorbei, dass alles den Bach runtergeht. Und gerade nach diesen großen Krisen wie Covid, wie Krieg leider sogar zwei Jahre in Ukraine, Russland und natürlich auch in Israel, das ist schon schrecklich. Aber es hat sich irgendwie normalisiert, so schlimm, wie sich das anhört. Man hat es jetzt irgendwie zum Tagesgeschäft gemacht, dass diese schlechten Nachrichten kommen. Und deswegen ist schon, glaube ich, die Immobilie für alle, der sichere Hafen, ich glaube, das wird auch noch massiv steigen. Mit der nächsten Zinssenkung in Deutschland wird es einen wahnsinnigen Knall geben, weil dann sagen alle wieder, es wird weiter runtergehen, weiter runtergehen, wieder günstiger, wieder günstiger. Die Preise werden steigen, gute Immobilien werden vergriffen sein und da kommt noch dazu, es wird sich ja nicht ändern. Wir werden weiter Zuwanderung bekommen aus der ganzen Welt nach Deutschland. Das wird so sein und das wird so bleiben. Und wir haben ja auch mehr Zuwanderung aktuell als Babys, die geboren werden. Das ist auch das erste Jahr letztes Jahr gewesen. All das beflügigte den Immobilienmarkt. Und ja, wer daran profitieren möchte, der kann einfach nur unsere Schritte eigentlich verfolgen. Wer das auch geschäftlich machen möchte und für sich selber, für seine Familie was aufbauen möchte. Da macht es einfach keinen Sinn, es nicht zu füßen. Wir wissen es aber, viele haben ja unheimlich, was glaubst du, wo haben die meisten Angst vor zu starten? Ich glaube, weil es einfach ein relativ großes Invest ist, eine relativ große, oder was heißt relativ groß, es ist ja eigentlich das Größte, was man so kaufen kann. Das ist glaube ich das, wo man dann vielleicht einige Risiken sieht, die ja auch da sind, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat. und das ist wahrscheinlich viel der größte... Die große Summe ist ja da, zum Beispiel, man kauft jetzt ein Reihenhaus für 200.000 Euro. Was kann man da dran verlieren? Ich meine, es ist ja nicht so, dass morgens 200.000 wechseln, obwohl es eine große Zahl steht. Genau. Aber wenn du wirklich alles falsch machst und keine Ahnung hast, so, sagen wir mal, ein typischer Fix- und Flimm-Amateur, der kann ja die falsche Immobilie erstmal einkaufen, zu teuer einkaufen, die falschen Sachen sanieren, mit den falschen Handwerkern dazu, die zu teuer sind, schlechte Arbeit machen, aufgrund all dieser Vorläufe, all dieser Punkte, wird er dann ordentlich den Preis, den er kalkuliert hat, den er wahrscheinlich auch schon wieder falsch kalkuliert hat, aber wahrscheinlich nicht erzielen, weil er den falschen Makler hat, der die falsche Werbung macht und die falschen Optionen mit dem Käufer gibt, dem Käufer nichts hilft oder falsch und denkt, der muss einfach nur kaufen, all diese Sachen, ich weiß, das waren jetzt sieben, acht, neun Punkte schon, was man alles falsch machen kann und wenn wir das dann immer gucken, wir gucken immer, was ist falsch, was ist richtig, wenn wir das in unserem Fix- und Flip-Profi-System umsetzen, dann kauft man genau das Richtige ein, verhandelt die Bedingungen, den Preis, wir wissen, welche Handwerker diese Arbeit machen, weil wir uns vorher darüber kümmern, wer dann nachher die Arbeit macht, wir wissen ganz genau auf dem Markt, welche Materialien verarbeiten wir, damit das genau den Geschmack und den Anspruch unserer Käufer trifft und wir haben in der Regel schon Käufer stehen, die sich darauf freuen, dass wir wieder ein neues Objekt haben, was wir ihnen anbieten können. Und was ist wie finanzierbar? Wie muss der Energieausweis aussehen? Was muss ich vielleicht tun, um den Energieausweis in die Richtung zu bekommen? Zu optimieren. Genau. Es sind sehr, sehr viele Details, deswegen, man kann sehr viel falsch machen und die, die alles richtig machen, die sind einfach extrem erfolgreich. Wir haben ja nun Leute so im Durchschnitt, die machen drei, vier Objekte im Jahr, aber wir haben auch wirklich Highflyer, mit 200, 250, die natürlich dann schon ein System, ein System haben wir ja auch, aber sagen wir mal, wenn wir das beschreiben, die dann wirklich natürlich auch mehr Anfängstestellte haben, mehr Prozesse eingeführt haben. Da wird die Firma einfach immer größer und da muss man sich, glaube ich, immer überlegen, was möchte man, wofür macht man das und wie weit möchte man das ganze Spiel treiben? Was ja eigentlich in jedem Geschäft so ist, was auch, wenn ich angestellt irgendwo arbeite, der Fall ist. Wie weit möchte ich da reingehen? Wie viel Freizeit möchte ich haben? Und so weiter. Das sind genau die Fragen, die man sich dann da auch irgendwann stellen muss. Ja. Und dazu haben wir auch mal eine Umfrage gemacht, was ist wirklich wichtig? Finanzielle Freiheit im Vordergrund natürlich, Vermögensaufbau für die nächsten Generationen. Die meisten, die bei uns sind, sind junge Familienväter, wie du ja auch. Ja, junger Familienvater, eine kleine süße Tochter. und das sind ja auch Leute, die wollen zum einen was aufbauen und frei sein, finanziell frei. Wann ist man finanziell frei? Weil man mehr passives Einkommen hat als Ausgaben und Kosten. Genau. Und dafür haben wir auch dieses 3 plus 1 System, drei Objekte handeln, in ein Objekt investieren, was dann ein Cashflow-Objekt ist, wo wir dann auch noch steuerbegünstigt eben dieses Objekt aufwerten, was uns dann schon mal wieder ein festes Einkommen bringt, damit die festen Kosten so gedeckelt sind. Und die meisten haben drei, vier, fünf Stück davon, wo sie drei, vier, fünf tausend Euro im Monat haben, was dann schon mal erst mal die festen Kosten deckt. Wenn man auf Jagd ist, auf Schnäppchen, dann hat man schon da, hat die Absicherung, alles was ich habe, mein Auto, alles wird bezahlt und ich kann mich frei entfalten. Das sind die meisten. Die wenigsten wollen ja einen großen Konzern aufbauen und 100, 200 Objekte handeln, sondern die, die wirklich Spaß daran haben, die bauen sich dann was auf, haben Cashflow-Objekte, machen Handelsgeschäfte und der dritte Schritt ist dann natürlich wirklich superreich zu werden durch das Investment mit Partnern in Mehrfamilienhäuser, was wir ja auch lernen. Das geht dann in richtig Vermögen, für Generationen Vermögen aufzubauen, in Millionenhöhe. Das wäre jetzt zu weit, wenn wir da drauf eingehen, aber das sind so die drei Schritte. Erst mal massives Einkommen, dann passives Einkommen aus Cashflow-Objekten und dann superreich durch Mehrfamilienhäuser in Partnerschaften für langfristige Vermögensaufbau. Ja, das macht einfach Spaß. Und so ist aber auch für jeden was dabei. So ist für jeden was dabei und es kann auch so Schritt für Schritt, auch das wieder, Stufe für Stufe für Stufe, wir fangen ja bei jedem Haus erst mal an und machen erst mal den Bauplan oder den Bauplatz fertig und fangen dann mit den Fundamenten an, bauen dann Schritt für Schritt das Haus auf, aber erst mal wirklich die Mauern, dann die Zwischendecke, dann wieder Mauern, dann das Dachstuhl, aber viele springen gleich von Anfang an und laufen los und suchen sie eine Photovoltaikanlage, ja, oder eine Terrassenüberdachung, aber ey, wir sind da noch nicht. Wir sind erst mal hier. Wir sind erst mal im Fundament und dann kommt der nächste Schritt. Wir denken nur zum nächsten Schritt und nächsten Schritt. Ein großes Ziel zu haben, super, bin ich absolut der Fan von, wenn einer sagt, in zehn Jahren habe ich 20 Mehrfamilienhäuser und habe 20.000 Cashflow und so, super toll, ja, wollen wir auch. Du sollst ja auch motiviert sein, du sollst ja auch ein Warum haben und für deine Familie so wirklich sowas umsetzen wollen. Aber trotzdem, es geht nicht von heute auf morgen, es ist kein schnell reich werden Ding. Wir wollen, also ich würde, bei dir weiß ich es ja auch, du willst den Menschen helfen, wirklich Schritt für Schritt erfolgreich zu sein, finanzielle Freiheit zu erlangen, vielleicht dann, wenn die finanzielle Freiheit da ist, darüber nachzudenken, gehe ich den nächsten Schritt und kündige, und dann geht es weiter und weiter und weiter und ja. Und das verändern sich ja auch dann, die Ziele verändern sich, wenn man dann tiefer drin ist und sagt, okay, jetzt habe ich verstanden, wie das funktioniert, wo man vielleicht am Anfang noch gar nicht darüber nachdenkt. Ich glaube, die Ziele kann man sich nicht ganz am Anfang so setzen, es wird einfach sich verändern, das ist einfach so. Ja, viele kommen ja und sagen, ich will viel Geld verdienen und so weiter und sagen, okay, klar, jeder möchte das, aber was ist wirklich erstmal dein Ziel? Du möchtest deine Familie absichern, du möchtest mehr passives Einkommen haben, als du jetzt dein Angestelltengehalt ist, du möchtest mit Immobilien handeln, ja, und dann kommt, wie gesagt, auch der nächste Schritt und so war es ja auch bei dir, du hast auch erstmal die Sicherheit gehabt, im Angestelltenverhältnis, aufgrund der Finanzierbarkeit, bei dir natürlich auch, oder das. Ja, all diese Sachen. Wie siehst du die Zukunft in den nächsten zwei, drei Jahren so? Bei, bei viel, wir haben ja, wir haben ja viele immer, die so neu kommen. und dann verfolgt man die ja auch, weil du bist ja nun auch der Top-Coach, kennst alle Teilnehmer, die aktiv sich auch an den Live-Calls zeigen und das ist auch wichtig, dass man mitmacht, ja, umsetzen, mitmacht, Fragen stellt, ist die Frage noch so doof, es gibt keine doofen Fragen, wir sind da, um zu helfen, wir möchten jedes Objekt sehen. diese Entwicklung, wir leiden ja sechs Monate, zwölf Monate, manche zwei, drei, vier Jahre und bei dir weiß ich auch, das ist so toll, wenn man diese Entwicklung der Menschen sieht, ja? Also eigentlich absolut mit einer Euphorie, weil wir ja selbst auch immer wieder lernen, das heißt, es kommen so viele Leute, die einen richtig vollgepackten Rucksack mitbringen und da lernen wir durch, da lernen die ganze Community durch und das ist eigentlich selbst wieder ein selbstverstärkendes System und das ist ja eigentlich das Geniale. Über Dinge, über die wir jetzt gerade sprechen, haben wir vor ein, zwei, drei Jahren noch nicht gesprochen und so geht einfach immer mehr, immer ein bisschen mehr, immer einfach einen kleinen Schritt weiter und ja, wenn man sich einfach überlegt, wenn das so weitergeht, dann werden wir in zwei Jahren auch wieder irgendeine Dinge tun oder an Punkten stehen, die wir uns heute noch nicht so ausdenken können und das ist eigentlich das Coole dabei, dass es eigentlich jedes Jahr oder alle zwei Jahre so anders ist. Ja, wir erfinden uns nicht neu, aber wir optimieren, verfeinern das System, wir probieren sehr, sehr gerne neue Sachen aus, wir tauschen uns ständig aus, guck mal, das ist ein Tool, wir haben jetzt hier eine neue Hausverwaltungssoftware, können wir die einbinden oder das, was wir gerade besprochen haben, Sanierungsfahrpläne erstellen und so. Wir sind ja immer up to date, wir kriegen extrem gutes Feedback aus unserer Community, nur wir sind ja nun auch selber noch Immobilienhändler mit der Nase auf der Straße und das wird natürlich immer besser und feiner und die Leute, die wir dabei begleiten, werden durch ihr Wissen, durch die Aufnahme ihres Wissens und das Umsetzen des Wissens auf einmal sehr selbstbewusst. Die Fragen ändern sich nach drei, sechs, zwölf Monaten. Ja, hatten wir auch mal durch. Absolut. Unglaublich. Und dann auf einmal stehen sie dann so da und haben dann wirklich Selbstbewusstsein, können auch ganz anderes argumentieren gegenüber Verkäufern, Maklern, Handwerkern. Das wollen wir ja, dass wir das auch aufbauen. Selbstbewusstsein ist unheimlich wichtig im Handel und natürlich auch in der Kommunikation mit Menschen. Macht unheimlich Spaß. Das kommt ja mit der Erfahrung einfach. Das ist ganz klar, dass wenn ich jetzt den ersten Deal vor der Brust habe, da habe ich andere Fragen. Da verstehe ich das System anders, als wenn ich jetzt den zehnten Deal mache. Da höre ich den gleichen Vortrag mit einem anderen Ohr. Da verstehe ich andere Dinge aus dem gleichen Vortrag, aus dem gleichen Video. Ich habe aber auch andere Fragen als am Anfang. Und das ist ja das Schöne. Das kommt ja alles wieder auch in den regelmäßigen Calls einfach zum Tragen. Dass jeder, der was umsetzt, einfach an einem anderen Punkt andere Fragen hat, die Fragen stellt, alle davon profitieren können, das auch hören, verstehen und mitlernen, inklusive uns. Und so ist das einfach, dann geht es immer weiter. Das ist ja auch für viele, was die so bei uns bewundern, dass wir so ein 1 zu 1 Verhältnis haben, 1 zu 1 Mentoring machen zu unseren Coaching-Teilnehmern, weil wir sie nach einer Zeit ja auch kennen. Genau. Ich kann mich immer meistens heran erinnern, welches Objekt hast du vorgestellt? Wie viele Objekte hast du schon bewertet oder gesichtet? Kannst du das schätzen? Für unsere... Es ist oftmals so, ich hätte das mal gesagt, das ist jede Woche in einem Call sind da einige Sachen. Ein paar, ne? Entweder ist es mal nur eine kleine Frage zu einem Objekt oder es ist ein ganzes Objekt kaufen, nicht kaufen. Ja. Und ja, ständig. Wie oft sagst du Nein, wenn die was vorstellen? Schon auch oft, weil wir oft auch Dinge einfach sehen, weil wir wollen ja niemanden dazu hinprügeln, jetzt einfach nur den ersten Deal zu machen. Das bringt es ja auch nicht, sondern wir sagen auch oft Nein, wenn es einfach irgendeinen Pferdefuß hat, wo wir sagen, nein, das kann schwierig werden. Das könnte schon funktionieren, aber es wird nicht so einfach und er sucht lieber einen Monat, zwei Monate, drei Monate länger, aber hab dann ein Objekt, mit dem du richtig Spaß hast, weil es einfach kein Vollsanierer ist und weil es einfach in der Vermarktung gut funktioniert, dann bist du ganz anders unterwegs, du hast einen kleinen Puffer danach und kannst dann so weitermachen. Du fängst ja ganz anders an, als wenn du mit dem ersten Objekt, was vielleicht so gerade klappen könnte, ins Geschäft einsteigst und dann dich irgendwie nur durchbruchst. Ganz klar. Das ist unsere erste Regel. Einfachheit. Ja, Einfachheit, wirklich dem System folgen, aber die oberste erste Regel ist einfach, kein Geld verbrennen. Genau. Wir wollen alle davor schützen, wirklich kein Geld zu verbrennen. Absolut. Die zweite Regel ist, Befolge Regel 1. Befolge Regel 1. Ja, und das ist so, so wichtig, dass du wirklich erstmal lernst, wirklich Schritt für Schritt das System zu lernen, umzusetzen, dir es bei anderen anschauen. Dafür haben wir ja nun auch unsere Community. Tee und wie gesagt, wir sind immer 1 zu 1 mit den Teilnehmern in Interaktion, kennen die Objekte von denen. Ich habe da ein unheimlich tolles Gedächtnis für meine Frau sagt auch immer, das ist unglaublich. Wieso kannst du all die Objekte kennen von den Leuten, wenn die das irgendwann mal vorgestellt haben? Ja, es mag sie eben gerne und das ist eben auch so eine Gabe, dass ich dann weiß, Mensch, das habe ich schon mal gesehen, da war doch das und das und so. Hast du jetzt eine Badewanne oder eine Dusche eingebaut? Ja, das macht schon Spaß und deswegen hat man auch immer diese 1 zu 1 Interaktion plus natürlich, wir lernen die Leute auch wirklich immer, wie jetzt morgen, auf dem Workshop wieder kennen. Wir lernen die ganz am Anfang kennen, persönlich, tauschen uns aus und dann folgt man den Leuten natürlich auch, wie entwickeln sie sich, was setzen sie um, was machen sie, wen müssen wir schubsen und den wir müssen mit ein bisschen zurückhalten. Das ist geil, das macht einfach Spaß. Ich bin ganz begeistert, freue mich riesig auf morgen, über 30 Teilnehmer. Ja, gerade der Start-A-Wertshop ist immer super spannend. Die Leute kriegen dann gerade nochmal einen Überblick, bevor viele den ersten Deal gemacht haben, lernen einfach nochmal ganz direkt, parallel zum Videokurs, einfach nochmal, können direkt Fragen stellen. Ist immer sehr cool. Sind ja auch einige dabei, die haben schon einige Deals gemacht und sind schon sehr professionell unterwegs und genau da habe ich auch das Feedback bekommen, bei dir ist doch alles anders. Wir müssen erstmal bei Null starten, weil von der Art der Akquise, von der Art, die Leute anzusprechen, von der ganzen Organisationen und Prozesse, haben wir es anders gemacht und wir werden jetzt komplett alles umbauen und genauso machen, wie du das sagst, wie Christopher das sagt und Daniel und natürlich Arthur ist auch immer Ansprechpartner. Ja, macht unheimlich Spaß und freue mich immer, die Leute wieder zu sehen und natürlich auch Erfolge zu feiern. Wir haben ja fast täglich Erfolgsmeldungen bei uns in der Gruppe, dass irgendjemand wieder was verkauft hat und ja, mal mehr, mal weniger, aber immer zig. Wir sind so ungefähr bei 1.500, 1.600 Einheiten im letzten Jahr, die verkauft wurden in unserer Community. Mein großes Ziel sind ja 5.000, 5.000 Einheiten in unserer Community pro Jahr und der Badaf ist einfach da. Wir müssen ja auch Wohnungen wieder bewohnbar machen. Oft haben wir ja Wohnungen, die nicht bewohnbar sind. Die müssen erst renoviert werden und wieder instand gesetzt werden. Aber das ist ja auch ein großes Ding, was wir machen, Wohnungen bewohnbar machen und dann den richtigen Leuten geben, entweder als Mieter oder als neuer Eigentümer. Ja, hast du noch irgendeine Sache, die du hinzufügen möchtest? Ich glaube, es war schon einiges drüber. Wir haben schon sehr viele Themen angesprochen. Ja, ja. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Fragen habt, wir haben es jetzt einfach nur mal so, wir haben nichts zu skriptet, keiner hat hier was abgelesen. Wenn ihr einfach mal Fragen habt zu all dem, was wir tun, ob es jetzt Mentoring ist, ob es Coaching ist, ob es Veranstaltungen sind und so, kommt einfach auf uns zu. Wenn du Lust hast, das zu lernen, wenn du wirklich diese drei Schritte lernen möchtest, dass du erst mal ein massives Einkommen aufbaust, dann passives Einkommen durch Cashflow-Objekte und dann den nächsten Schritt, wirklich super reich zu werden mit Mehrfamilienhäusern, teilweise auch in Partnerschaften, melde dich einfach bei mir, spreche mich an, mache einen Termin mit meinem Team oder schreibe mir eine private Message. Christopher natürlich auch. Unsere Dateien, unsere Daten sind unter dem Video. Und dann würde ich mich freuen, wenn ich dich persönlich kennenlerne. Lasst mir bitte ein Like da und abonniere den Kanal für mehr von diesen Interviews von wirklichen Leuten, die wirklich was umsetzen und gerne das weitergeben. Ja, vielen Dank, Christopher. Wir gehen gleich essen und morgen gehen wir in den Start-Workshop. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao. Ciao.